...von dem Giger Samuel. Folgende Schwinger auf Platz 2 antreten. Lutschmarco, Reiter Fabian. Rueck Roman, Rupaner Philipp. Pickel Stefan, Koller Fabian. All diese Schwinger auf Platz 2 antreten. Siegerplatz Bär, Giger Samuel. Folgende Schwinger auf Platz 3 antreten. Meier Walli, Reiner Beni. Schönenberger Philipp, Wey Nikola. Inauen Aurel, Nutz Armin. All diese Schwinger auf Platz 3 antreten. Siegerplatz 3, Landolt Reto. Und folgende Schwinger auf Platz 4 antreten. Gafli Stefan, Plegart Remo. Riedi Thomas, 7 Mark. Riener Raphael, Straub Robin. Kamermann Thomas, Judy Mario. Tausend, die sahen hier noch. Der durch der Durchsage an die Schwinger. All Schwinger mit 35,50 und Mpumpte können in Ausstich. All Schwinger mit 35,50 und Mpumpte können in Ausstich. Und Siegerplatz 2, Ortung Dominic. Auf, zwei! Auf, zwei! Komm! Ich muss doch schauen, dass sie drin sind! Wir streiten nicht durch die 2! Komm! Jetzt geht sie drinnen! Jetzt hat er die 3! Erst noch abziehen! Ja genau! Rolly! Nein, Rolly! Auf Platz 4 im Schwingen sehen wir den Kerl Roland mit dem Herrscher Martin! Und auf Platz 3 der Arbeiter Koch Greta mit Mörtig Adrian! Auf Platz 2 im Greifen sehen wir den Jörger Gorsin mit dem Korodi Pell! Das hätte ich gesehen, wir sind weggegangen, oder? Das ist ein Stammzistischer! Thomas Elmer, bitte auf Platz 3! Thomas Elmer, Platz 3! Oh, Jane! Zigerplatz 4 im Schwingen! Ja! Tigerplatz 4 im Schwingen! Kehrle Roland! Gib dir die 1. Jetzt hat er die Kopfschwammlung! Nimm den Arm! Es wird uns eh schön zuhören, ich war da nicht verweislich. Scheiße. Auf Platz 4 am Schwingen sehen wir den Schlegel Sandro mit dem Hungerbührer Marcel. Und auf Platz 2 am Schwingen sehen wir den Jörgermack mit dem Odermatt Christoph. Komm, Shane! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020